Mein Name ist Manuela Riesterer. Ich bin von Beruf aus Architektin, arbeite für die Stadt Freiburg, für das Gebäudemanagement und habe die Projektleitung als fachkundige Bauherrenvertretung für dieses Projekt übernommen. Und wo befinden wir uns gerade? Wir sind im Rathaus im Stühlinger. Das ist unser neues Rathaus, was wir 2017 fertiggestellt und bezogen haben. 2012 hat sich die Stadtverwaltung Freiburg auf den Weg gemacht, ihre Verwaltung zu konzentrieren an einem Standort, nämlich hier in der Fehrenbachallee 12, weil das Grundstück uns schon gehört hat. Bisher ist die Stadtverwaltung verstreut in der ganzen Stadt über 16 Standorte. Wir haben einen internationalen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Das Büro Ingenhofen Architekt hat diesen gewonnen mit einem Entwurf von drei ovalen Baukörpern, die hier verortet sind. Das Rathaus im Stühlinger hat ca. 840 Arbeitsplätze. Wir haben fünf Obergeschosse, wo Verwaltungstätigkeiten, also in Büros stattfinden. Im Erdgeschoss ist eine große Halle, das ist das Herz vom Gebäude, das ist unser Bürgerservicezentrum. Dort werden die Anliegen für die Bürgerschaft geklärt. Also man kann einen neuen Personalausweis beantragen, man kann sein Auto ummelden, anmelden oder eine Wohnsitzänderung klären. Des Weiteren gibt es eine Kantine für die Beschäftigten der Stadtverwaltung. Die darf aber auch genutzt werden durch externe Besucherinnen und Besucher. Wir haben ein großes Konferenz- und Besprechungszentrum. Im Untergeschoss gibt es Zentralregistraturen, die Serverräume, die zentralen für die ganze Stadtverwaltung. Es gibt Umkleiden und Duschen für die Fahrradfahrer und natürlich die Technikräume. Das Gebäude ist ein Stahlbetongebäude mit Stützen und Massivdecken. Und die Fassade außenrum ist eine Aluminiumfassade, eine Pfostenriegelfassade mit einer Dreifachverglasung. Also wir haben thermisch eine sehr gute Hülle. Im Innenausbau wurde auch viel Sichtbeton verwendet. Es wurden Terrazzoböden eingebaut. Das deutlich Sichtbare ist die Photovoltaikanlage, die in die Fassade integriert ist. Und auch die Dachfläche ist vollständig belegt mit Photovoltaikmodulen. Somit ist für die Bürgerschaft, für alle Besucherinnen und Besucher sichtbar, dass wir einen hohen Anteil an Strom mit regenerativer Energie gewinnen. Erstmal wird das Haus gekühlt und beheizt durch Wärmepumpen, die ihre Energie aus der oberflächennahen Geothermie ziehen. Das heißt, wir nutzen das Grundwasser. Wir brauchen lediglich für die Spitzenlasten durch die Großküche, für die Kantine, manchmal auch für die Duschen, haben wir noch zusätzlichen Gasbrennwertkessel, der aber wirklich nur für die Spitzenlasten benutzt werden muss. Die Bürogeschosse werden über eine sogenannte Bauteilaktivierung gekühlt und geheizt. Das sind in den Betondecken sind Schläuche eingelegt, wo das Wasser durchläuft. Zusätzlich gibt es noch Deckensegel, die zusätzlich heizen und kühlen. Die sind schneller reagierend als die Betonkernaktivierung. Das ist ein sehr träges System. Im Erdgeschoss, wo wir mehr Publikum haben, höhere Personenbelegung, haben wir Heiz- und Kühldecken vollflächig eingebaut. Das ganze Haus ist ausgestattet mit einer hocheffizienten, mechanischen Lüftungsanlage, die auch eine Wärmerückgewinnung hat. Das heißt, das ganze Haus wird mechanisch be- und entlüftet. Es gibt auch opaque Bereiche in der Fassade. Das heißt, der verglaste Bereich der Fassade ist nicht größer als 60 Prozent. Das ist so eine Faustformel für Passivhaus. Zusätzlich haben wir einen außenliegenden Sonnenschutz, der intelligent gesteuert ist und die verglasten Bereiche verfügen natürlich über eine Dreifachverglasung. Für die Nutzerinnen und Nutzer war es natürlich eine große Umstellung, in diesen Neubau zu ziehen. Die sind alle aus dem Altbau gekommen. Wir sind im Sommer 2017 in die Bürogeschosse eingezogen. Es war ein sehr heißer Sommer und die Beschäftigten haben sofort zu schätzen gelernt, dass wir das Gebäude mit Grundwasser kühlen und wir auch in heißen Sommertagen hier drin sehr angenehme Temperaturen zum Arbeiten haben. Im Winter hatten wir am Anfang ein paar erste Probleme. Das ist aber auch normal, dass wir in den ersten zwei Jahren, das muss man immer ein Gebäude einregulieren, bis die Temperaturen stimmen. Und ich glaube mittlerweile tritt so ein Gewöhnungseffekt ein. Und auch die mechanische Be- und Entlüftung funktioniert gut. Wichtig ist für Nutzerkomfort. Man kann immer auch noch zusätzlich das Fenster zum Lüften aufmachen. Also das ist sehr wichtig fürs Wohlbefinden. Wir haben die Bürokonzepte weiterentwickelt. Wir werden weggehen davon, dass jeder mit Beschäftigten einen eigenen Arbeitsplatz bekommt. Inzwischen machen wir auch sehr viel Homeoffice. Das heißt, in der zweiten Baustufe wird das Thema Desksharing eingeführt. Die Büroformen wurden noch mal etwas optimiert, was den Anteil offenen und geschlossenen Büros, Anzahl der Rückzugsräume angeht. Aber auch in der Technik werden wir Optimierungen und Veränderungen vornehmen. Hier der erste Bauabschnitt hat sehr träge Systeme für das Heizen und das Kühlen. Und in der zweiten Baustufe werden andere Techniken eingebaut, sodass wir dort besser und schneller reagieren können. Nachhaltige Architektur fängt an, dass man schon mit dem Thema Suffizienz arbeitet, also möglichst wenig Flächen neu bauen. Also auch nachdenken, wie viel Fläche brauche ich wirklich für jeden Arbeitsplatz. Die Nachhaltigkeit in künftigen Projekten werden wir auch darauf drängen und in die Anforderungen mit reinnehmen, dass wir uns mehr Holzkonstruktion, Holzbauwerke wünschen und natürlich das Thema regenerative Energien stärken.